Wie geht's? Ich bin mal wieder hier bei O2. Hätten wir dieses Mal was ganz anderes? Wir gehen durch eine meiner Lieblingsmaps, so eine Art. Gehen wir. Als erstes, natürlich. Russische Nationalhymne da. Schronenst. Die Reise der Geist. Dann kommt es an eine Art. Der Geist der Geist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann gehen wir mal über den Nix. Hier ist euch gut, fänder. Ich so, mehr mag. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier kommt das Gegenteil, weiß ich nicht, meiner. Die, die ich jetzt hier gerade spiele, die stehen für mein Opening vor. Also die vielleicht in mein Opening reinkommen. Ihr werdet da nur entscheiden. Oh, scheiße. Warte, ich lasse es euch mal zu Ende hören. Das ist einer der Lieder. Nur weil ich es gerade verkackt habe, dass sie es durchlaufen und dass ihr es hört. Bis jetzt waren es drei Lieder. Ich glaube, es waren insgesamt sechs, die in mein Opening reinkommen können. Weil das ist dann Nummer drei. Es muss jetzt auch gleich vorbei sein. Das nächste Lied wäre das. Das war's. Was ist es? Wahlzeit ab. Bis zum nächsten Mal. 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 Das. 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 . Das. 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 Bis zum деле. Das. Das. Lass uns doch bei 3S sein. Hier War. Das Ernst. Hier steht 3Sterne. Ah, das ist 2,9. Jelles mich auch verarschen. Und das war noch zur Auswahl. Untertitelung des ZDF, 2020 Weil das ist ja noch zur Auswahl. Weil das ist ja noch zur Auswahl. Weiß ich jetzt eigentlich in die Kommentare reinschreiben, welche zur Auswahl wären und dann, ja, das wäre es eigentlich. Und der soll zu euch lassen, glaube ich, ein bisschen scheißer. Also entscheidet mein Intro Musik.